Lotte steht auf der Bühne mit der bekanntesten, unbekanntesten Band. Sagst du das jetzt sofort richtig, Alter? SDP. Die bekannteste, unbekannte Band. Die bekannteste, unbekannte Band. Die bekannteste, unbekannte Band. Die bekannteste, unbekannte Band. Johannes Oerdinger. Die bekannteste, unbekannte Band. Jonas Oerdinger. Mach's jetzt bitte richtig. Jürgen. Sing mein Song, das Tauschkonzert. Lotte steht auf der Bühne mit, wie war das? Der bekanntesten, unbekannten Band der Welt. SDP. Sing mein Song, das Tauschkonzert. Lotte steht auf der Bühne mit der bekanntesten, unbekanntesten Band. Nein. Das ist jetzt ein Intelligenztest aber. War doch so. Die bekannteste, unbekannte. Bekannteste, unbekannte. Guck mal, eine unbekannte Band, sagt man doch. Das ist eine unbekannte Band. Die bekannteste, unbekannte. Hast du Kommunikationswissenschaft oder Germanistik studiert oder was? Ja schon. Nein, ich weiß. Rudi, ist kein Problem. Lass so, mach dich ruhig zum Horst. Sing mein Song, das Tauschkonzert. Lotte steht auf der Bühne mit der bekanntesten, unbekannten Band. Okay. SDP. Und die singen, fuck baby, I'm in love. Wee! We got it. We got it, we got it, we got it. We got it! Bye, hol Jutsch successfully- Hä? Donä gal. So, genau. Auf Wiedersehen, deixa wo ihrhillell?